So herzlich Willkommen zurück zur 57 Folge von The Lost Cross 5 Das ist Garim So Es ist Tjerdas Das heißt, wir müssen jetzt mal hier gucken, ne? Tjerdas Wollte ihr in Windhelm sein? So, Tjerdas Abend Auch noch in Windhelm Ich weiß jetzt nicht, ob der erste Tier das in nächster Woche ist Aber wir werden jetzt einfach mal nach Windhelm gehen, weil wir jetzt eh nichts Besseres zu tun haben Wollen wir denn hier Windhelm ist doch hier Windhelm, nein, es ist nicht Windhelm Windhelm ist hier drüben Da ist Windhelm Schnell nach Windhelm reisen Ja, das machen wir mal gern Aber warte mal, wenn wir jetzt da sind Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt Sondern nur auf das Datum Also auf den Wochentag Und der braucht ja immer ein paar Stunden Bis der da ist quasi Also die Zeit wird ja auch wirklich geändert Das heißt, wir gucken Also es ist schon Midas Scheiße Das ist jetzt echt Pech Ja, warte mal Midas Nein, was ist denn das jetzt hier Midas Alter, was ist denn jetzt hier los So Midas Riften Das heißt, Tour, das ist an Weißlauf Okay, warte Oh, Scheiße Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal schnell nach Weißlauf Damit wir den da irgendwie entgegen Weißlauf, Weißlauf Ne, das hinterfeste Weißlauf ist hier Da unten Ah Wird grad schön viel unterwegs, Junge Zu Fuß auch noch Kein Pferd So, keine Ahnung, ob wie gesagt In dieser Woche gemeint ist Oder erst die folgende Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier noch rechtzeitig ankommen Aber man braucht ja nicht so lange Von Winterfeste zu Weißlauf Wie von Einsamkeit Nachwinter Also Hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir hier noch rechtzeitig ankommen Und den nicht über ein, zwei Tage brauchen Midas Alter, das hat sich eben angehört Wie so ein, keine Ahnung, so ein Sniper-Schuss So, wir haben Midas immer noch So, Alter, ich Ich werde verrückt So, Bücher Ähm Midas Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit Es ist Midas Erst gerade noch ein Riften in der Nebelsteuerfestung Und, ähm Tordas will er in Weißlauf einer Drachenfeste sein So, warte mal, wie viel Uhr ist es denn? Es ist Äh Ja Fast, äh Fast schon wieder, ähm Der nächste Morgen Also hat doch ein bisschen gebedauert Ähm Die Frage ist jetzt Was wir jetzt hier machen Ich meine, die kommen ja jetzt an Also ich weiß nicht, ob der Punkt 12 hier durchkommt Ja Ja Die Ähm, die will ich nicht reden, Wichser Wie ist das? Der Anoriat 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 Ah nice Hallo Anoriat Dich brauche ich jetzt nicht Ich muss jetzt einfach hier noch ein bisschen Zeit vertun Auch nice So nice ist das eigentlich nicht, aber Könnt ihr uns jetzt hier einfach auch kurz was Ist das eigentlich hier markiert alles? Wo ist denn der gerade? Ich weiß er nicht Ich spreche mit Malus Macius Können wir das jetzt hier noch kurz machen? Wo ist denn der? Witz Ah Okay Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange Ja, weil wir sind so ein bisschen unter Zeitdruck Wie ihr vielleicht gemerkt habt Oder wir haben noch eine ganze Woche Weil ja irgendwie erst am Tier das losgegangen ist So, mal gucken Malus Macius Den Typen da hinten Maybe my D Hätte ich mich bereits erwartet Ich werde mich kurz fassen Denn wir Der Besitzer von Honigbräu, Serbion Will eine Medprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten Wir werden Hab ich da das Gift? Nein, nein Das ist etwas raffinierter Wir bringen Serbion dazu Äh Achso Was ist meine Aufgabe? Ihr kommt zufällig vorbei und springt im Abfall Okay Wer gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefe einsetzt Aber ihr schüttet es auch in den Brauch her Schlau Maven und ich haben das Ganze über Wochen geplant Okay Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Sabion zu Verstand kommt Und jemand anderem die Drecksarbeit anhört So Wenn Sagen wir drei Minuten Also Keine Ahnung Bis zu ungefähr eine Minute Nein Weniger 30 Sekunden vielleicht Ich weiß es nicht Kommt doch mal So Guck mal 12 AM Also Es ist jetzt Tordas Gott Wie gesagt Ich weiß nicht Ob wir jetzt hier irgendwie Erstmal nach dem Suchen müssen Oder ob wir jetzt hier Irgendwie eine Woche zu früh sind Keine Ahnung Ich kann auch auf der Karte auch nicht sehen Wo der gerade ist Oder Können wir das sehen? Warte mal Ist der jetzt auf den Blick nach Rüften Oder wieder zurück? Okay Wir merken uns mal ungefähr wo der ist Da Wo der Fluss der endet Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter Der ist ja ziemlich schnell wahrscheinlich So Und wenn wir jetzt hier nochmal gucken Dann ähm Der die Geist Marcus Weiß ich nicht Ich glaub der ist Weiß ich nicht In dieser kurzen Zeit Hat er sich nicht wirklich bewegt Ähm 12 vor 18 Ja ich denke einfach mal Der wird jetzt hier auf dem Weg sein Und wir sind nicht eine Woche zu früh Ich glaub wir hauen es jetzt erst Ja scheiße Telefon Okay ich bin gleich wieder da Bis gleich So es geht weiter Ähm Was will ich jetzt machen? Nein genau Jetzt gucken wir erstmal hier in der Zwischenzeit Ob der sich schon ein bisschen weiter bewegt hat Nein so Ich will das da So Ich glaub der bewegt sich gerade erst noch zu riften Wir sind Ähm ja im Hintergrund hört hier gerade mal einen Hund jaulen Keine Ahnung wieso Der ist wahrscheinlich scheiß langweilig So Ich muss jetzt einfach mal gucken Ich weiß jetzt nicht ob der zu uns kommt Ich weiß jetzt nicht Ganz ehrlich Ich glaube Der bewegt sich eher wieder weg von uns Keine Ahnung Ähm Sehen wir das hier wenn er sich bewegt Nee oder Der bewegt sich nicht Alter das ist doch scheiße Ich weiß jetzt nicht ob ich hier warten soll oder nicht Ich weiß was Ich schlafe jetzt erstmal ein zwei Stunden Dann sehen wir uns gleich wieder So Jetzt geht's wieder weiter Bin ich nur kurz eben um meinen Hund gekümmert Damit da nicht der ganze Zeit hier rumjault So Lass mir ja Gipflegt pennen gehen Alter das ging mir aus der Sonne man Das nervt mich schon So Machen wir erstmal nur zwei Stunden Werden wir nur gucken Wo dieser komische Typ sich jetzt befindet Haha Jetzt ist er gerade Wieso ist er jetzt Warte mal Habe ich mich jetzt geguckt Bücher Turda Das ist doch heute Sollte doch ein Weißlauf sein Ist der irgendein Tag zu spät Also weil Hier steht mir das Riften Nebelschleierfestung Aber jetzt ist schon wieder Turda Und ich meine Ich weiß ja nicht wie lange der da bleibt Aber Ich kann ich es nicht anzeigen lassen So Ah da ist immer noch hier Okay Dann geben wir uns einfach hier nochmal Hier ein paar Stunden dazu Wir haben Zeit anscheinend Und Gucken wir mal kurz wie viel Zeit uns noch bleibt Okay Mach mal hier Ähm Muss ich hier nochmal kurz Irgendwie ein paar Minuten hinzugeben Mach mal einfach so Komm Zu meiner Zeit Beschützten Du Was Du bist gut aus Gut Ja das geht doch auf jeden Fall Perfekt Richtig Sperr Halt ich werde verrückt So Oh 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 Okay Warte mal Er ist fast da Es scheint als werden sich diese Benitos Okay das heißt ich muss ihn jetzt hier Ja Die Sicherheitslage Weißlauf ist furchtbar Tut mir das vielleicht gut der Junge aber so wo sind die Spürregeln hier Okay warte mal Er ist Oh er ist schon in der Stadt Er ist schon in der Stadt Okay Wo ist der Typ Da oder das ist Oh ja Gaius Maro Ich weiß dass sie getötet wurde Ich hab sie getötet Nein Es wird hier doch keiner auf der offenen Straße ermordet Scheiße wer sieht mich denn jetzt Komm 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 Oh oh Okay warte ich muss mal kurz hier den Autosave äh zum Glück save der immer man wenn wir durch die Tür laufen Okay der ist äh stark Den können wir nicht einfach mal so starst und mächtig erschraben Das heißt wir müssen echt hier mit dem Ebenerzkriegshammer zuschlagen Das macht uns hier aber nicht grad beliebt Ich hätte es halt gerne so gemacht dass mich keiner sieht Komm 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 Hier ist los Halt 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 Brief des Vaters Uh sind die gute Sachen Äh nein okay Warte jetzt Halt Habe ich jetzt den richtigen Brief zugeschoben Halt 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 Habe ich das jetzt gemacht Nein habe ich nicht Was habe ich mir für einen Brief da gerade gegeben Wahrscheinlich den falschen Warte mal Halt Achso ich hab Scheiße Du hast zu sehen Ein Brief genommen So Genau Jetzt renn schlampe Renn Ich meinstattel gabrielle aber nicht Jetzt geh erstmal hier raus Weil wir haben jetzt ein paar Probleme Keine Ahnung dass es geklappt hat Weil die ganzen machen haben mich natürlich gesehen und leicht gekriegt aber mit dem mit dem Pfeil hätten ich nie geschafft also kannst du mir sagen was er wollte Ähm So erstmal hier Wo können wir den Namen landen Wow Zack Werden wir noch verfolgt Ja Es sind ja nicht gerade wenige Das heißt wir machen erstmal hier ein bisschen Zaubertränk Nein wir wollen ja Ausdauer haben Und nicht jemanden anderen Ausdauer nehmen So jetzt rennen So Ich bin dann verfolgt Ja da sehe ich noch einen Punkt Da sehe ich noch einen Punkt leider Ich muss noch weiter weg Renn weiter Junge Was ist das denn hier Hey Mädel Ich hab keine Ausdauer mehr Also bleibt mal kurz stehen Wer bist du Hey ich will jetzt mal wissen Wer ist das Wer ist das Wer ist das Könnt ihr mich umschleicht unter Äh Jetzt können wir uns trainieren Dankeschön Und beide geht's Ich möge euer Weg Auszubauen Wui Okay Ähm Wird ihr so schön Äh Ah Scheiße hier Wui Scheiße man Wir müssen jetzt rennen Aha Der Pfeil im Herzen Okay Mal jetzt Halt auf mich zu verfolgen Ihr Wichser Mann Ich hab das dort nur getan Weil der böse war Ihr Wichser Okay Gut Ich speichere das jetzt hier erstmal Kurz ab Ein paar hat das wahrscheinlich je schon viel zu lang Weil ich vorhin ein bisschen mehr drauf gegeben habe Also Ne Wir Kommen hier hoffentlich das nächste Mal gut raus Und ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns im nächsten Pass Bis dahin Servus Ich hoffe es hat euch gefallen